Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Unraveled 2. Wir sind Couple of Games. Letzte Folge haben wir schon einiges geschafft. Wir sind irgendwie durch Gestein und Wasser irgendwie, ja genau, durch so ein Unterwassersystem langgehangelt. Und es hat sich herausgestellt, wir kommen gerade aus einem Brunnen heraus und sind jetzt in so einer Hütte, wie ihr sehen könnt. In einem Lighthouse. Leuchtturm. Genau. Okay, und ja, jetzt geht's weiter. Look at the paintings. Ist das nicht... Ne, X ist was anderes. Ach, das ist Xbox X. Oh, wir können... Oh, dann können wir zurück zu Teptoe... Oh. Äh. Wait. Why you do this? So, da sind wir wieder. Wir sind jetzt... Was... Aber X... Im... X-Box ist, glaube ich, hier. Genau. Dreidecke, ne? Ah, jetzt. Oh, da sind alle... Dreckig im Kopf. Wow, okay. Okay, ein Vogel, der auf seinem Nest fällt. Und ein roter Vogel, der dabei zuguckt. Und das ist vielleicht oben rechts, da ganz hinten ist vielleicht... Äh, Lighthouse. Ah, okay. Aber auch wieder sein roter Freund, der dabei zuguckt. Vielleicht rettet er ihn. Aber wir werden es herausfinden. Okay. Ach so, Lighthouse ist... Vermutlich dann so ein... So ein Safehouse für uns, oder was? Ne, das ist das zweite Level, dachte ich. Oh! Oh, okay. What is happening? Hä? Warte. Nein, der ist halt... Warte, nochmal. Ach so, Hase, da ist ein... Ah, das ist ein... Ah, okay. Ja, kann man das... Ja, das müssen wir erstmal freischalten. Gut, nächste Slider. Ach so, du hast recht, das ist doch so unser... Ja, das ist so ein... Ah! Ja. Okay. Das Lighthouse ist unsere Hood. Unser... Unser Viertel. Ach, das ist für ein Cut jetzt gerade. Eine alte Welt. Was ist das überhaupt, das ist... Sieht ein bisschen aus wie entweder ein schönes Krankenhaus oder ein... Ich meine, warum können wir durch Portale gehen? Wir sind Janis. Was sind Janis? Das ist er. Ich bin ein... Knoll. Was ist hier da? Okay. Okay. Das ist ein Geist. Ach, das ist irgendwie noch so eine tiefergehende Story. Hm. Vielleicht bin ich die Jeans und du bist die Kapuze von dem Mädchen. Das ist gerade voll dramatisch. Ach. Was passiert da? Ach, wir sind schon wieder... Ach, ich hab auf die Box gezeigt. Hast du gesehen? Hm. Ja. Es wird stehen. Oh Gott. Ich möchte das nicht sehen. Das ist voll... Was machen die denn da? Sieht aus wie ein Teenager, die ihre Mutter nicht reinlassen möchte. Ach, so hassen. Sieht aber auch doof, ne? Warte. So. Und ich mach das jetzt nicht. Hä? Was? Guck mal, das liegt. Was müssen wir denn bei einem Koop-Spiel machen? Sch. 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 Rah... Gal. Das ist weg. Okay. Oh, ist das süß. Kudu, 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 kudu. Noten. Hm, halb, halb. Ich muss das lösen. Achso. Wie hast du dich denn so schnell gelöst? Kreis. Beim Springen hast du dich gelöst? Ja. Hä, ich... Nicht? Warum hast du denn das jetzt gemacht? Du solltest mich... Oh, I'm Naruto. Noten. Noten, noten. Oh, I'm Naruto. Nein. Wow. Schwing mal, ich bleib hier oben. Ich werde da fallen lassen und dann stehen. Da ging es doch eben gerade gar nicht rein. Ah, es rutscht nicht. Einer muss wieder. Die Musik nimmt mich voll mit, ey. Jetzt ist das mehr so gierig. So cool. Oh, da bist du gestreckt. Ich wollte gerade nach links. Boah, ich halte dich fest. Sehr gut. Super. Wie kann man das nicht? So. Wir klatschen beide. Wie süß, die machen auch von selber was. So cool. 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 Oh mein Gott, ich drücke immer Dreieck. Dreieck ist so unwichtig. So cool. Nein, dann mach ich sowas. Warte. Guck so. Ich zeig da hin. Warte. Ich probier mal. Da guck. Das hab ich gemacht. Guck mal hier drauf. Das da? Das hab ich gemacht. Oh, du bist super. Gut. Das da. Muss ich das auch machen? Ne. Sicher? Oder? Absolut. Oh ja, okay. Das da. So süß wir da. Ich glaub, er zeigt auf den Strom. Aber ich fand das trotzdem, dass es hier auf den Knochen zeigt. Das hat Fisch gemacht. Das da. Look at this. I made this. I made this. Boah, ich hab ja schon gefilmt. Geh das mit mir? Hä? Hä? So viele Erwachsene. Das Wolken, die von ihr. Oh. Oh. Vielleicht sind das böse Laserdinger. Boah. Böses Licht. Jetzt geht das hier zu wie bei Super Mario, ey. Oh. Was sind diese Goombas? Das ist die gefährlich aus. Ah. Oh Gott. Warte mal. Oh. Nein. Wir müssen warten bis es unten ist. Bis es unten ist. Okay. Ich probiere die Angst haben. Ein, zwei, drei. Oh. Und dann. So. Oh. Wir müssen dann hier hoch und dann drüber. Hopp. Boah. Oh. Oh. Du hast reingrennt. Oh mein Gott. Ach Gott. Ich muss oben rüber, wenn du oben bist. Oder du kommst runter. Oh nein. So, das war ganz viel genug. Ah, Vorsicht! Oh mein Gott. Ist da fast rein. Ach man. Ist doch gut. Kannst du von da aus nicht weiter? Bleib doch, hä? Bleib doch einfach rumstehen. Oh, ich bin nicht gesprungen. Entschuldigung. Oh, ich schwitze. Ah! Ich zieh dich. Oh! Alter! Ich nutze es gleich. Alter, war das gar nicht. Heftig. Oh, ich bin nicht gesprungen. Oh! Kann man das noch weiter drehen? Nee, leider nicht. Ah! Oder in die andere Richtung drehen. Warte, in die andere Richtung. Ach so, nee, du musst jetzt... Genau. Hast du... Hä? Was muss ich? Ich wollte es ja in die andere Richtung drehen. Ähm... Damit man... Oh! Warte. Gehen wir mal von der anderen Seite? So. Genau. Ja. Okay. Eins, zwei... So. Jetzt war kein Fall. Ah! Genau so hat mir das gedacht. Gehen wir mal von der anderen Seite. Okay. Ja. Gehen wir mal von der anderen Seite. Oh, das Grafik ist auch so süß. Ja. Oh! Mir ist kalt. Mir auch. Und jetzt ist so leis. Schnellungsbarme. Oh! 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 Ich dachte ja gar nicht, dass man auch so wirklich in der Stadt umrennt. Ja, ne? Bitte. So. Was ist unsere Mission? Dem Mädchen helfen. So. Ich bin eine Taube! Oh! Gott! knew we're going to Turkish. Wollen wir hier drauf bleiben? Oh! Oh! Oh, oh! 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 Oh, oh! Oh, oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! hier spielentwickler wenn ihr schon dann müsst ihr auch ja 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 alle was du meinst wie mein frosch du musst es bestimmt irgendwas spezielles geben wenn ich das schon machen kann ich sehe es schon ja man sieht es jetzt schon ich dachte nicht dass es noch klappt warum sollte das denn ein bisschen rüber schwingen ja 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 Komm von links, komm, und dann springen wir beide drauf. Okay. Eins? Oh, nein! Nein, haben wir nicht gemacht. Oh! Oh, oh! Oh! Oh, nee, ey. Oh, Gott! So soll das bestimmt nicht sein. Wir müssen bestimmt das Level jetzt mal anfangen. Oder den Startpunkt. Und jetzt? Verdammt. Shit. Kann man... Oh, sehr gut. Verdammt. Verdammt. Das ist ja... Jetzt schieben wir es aber nicht ganz so hoch. Okay. Ich war zu kommentiert. Ich schiebe. Nice. Wir haben echt das Spiel geboren. Broked. Oh, das ist überhaupt nicht so hoch. Ja. Wir haben echt das Spiel geboren. Broked. Warte. Warte. Jetzt. Oh, das ist drunter. Du hast Hunger? Hä? Nee, hier. Guck mal. Warum sollten wir da was machen können? Einfach nur so? Hm. Zum in die Irre füllen? Ja, das sind ja meistens diese Dinger, wo man schwingen kann. Ja, aber warum sollten die am Boden sein? Wie ist es, wenn man einen Knoten machen kann? Weißt du? Ich hier muss man. Jetzt muss man bestimmt einen Knoten machen, ja? Hast du ein Band gemacht und einen Knoten? Wie kommen wir damit? Jetzt hab ich auch gedacht, ich dachte hier eins zu rüberspannen, aber irgendwie macht das Was mit dem Eimer? Ach nee, das war da ja drunter. Der Eimer war ein bisschen. Ich hör nichts. Hier kann man auch mit dem Eimer machen. Ja, ich weiß. Aber es macht irgendwie keinen Sinn. Und dann hin. So, und dann müssen wir irgendwie den Eimer bestimmen, oder? Und den hier rubschieben. Ach so. Aha. Oh. Alles hat hier seinen Sinn. Oh.